Ahoi Pyrus, willkommen zu einem neuen Video auf Apple Explosion 975. Heute gibt es ein Video, wie derzeit die Medien über Feuerwerk berichten. Mir ist da nämlich einiges aufgefallen heute. Ich war gerade auf Instagram ein wenig aktiv und habe gesehen, dass Quarks einen neuen Post hochgeladen hat, wo sie zwei Extreme miteinander vergleichen, aber gar nicht mal so negativ. Also das ist schon, man merkt, es ist irgendwie doch gar nicht mehr so schlimm mit Feuerwerk. Und da würde mich jetzt mal gleich interessieren, schreibt das gerne in die Kommentare. Wie findet ihr derzeit die Medien oder die Berichterstattung bezüglich Feuerwerk? Fasst ihr das positiv auf oder fasst ihr das immer noch negativ auf? Wie berichten die Zeitungen oder die Fernsehsender über Feuerwerk mit richtigen Daten und Fakten oder haben sie immer noch die falschen Zahlen? Ich finde selber, das ist meine Meinung, dass es dieses Jahr doch durchaus in eine richtige Richtung geht und sehr stark eigentlich sogar für Feuerwerk gesprochen wird und die richtigen Zahlen benutzt werden endlich. Da hat, denke ich, auch der BVPK und der Röder Feuerwerksclub einiges dazu beigetragen. Und natürlich ihr, liebe Freunde, ihr habt fleißig die letzten zwei Jahre unter fast allen Umfragen oder Berichten euer Kommentar dargelassen, eure Meinung sachlich kommentiert mit Zahlen, Daten und Fakten und ich denke, das trägt jetzt langsam einfach mal Früchte. Und das ist wirklich einfach nur wunderschön zu sehen, dass jetzt langsam dann doch Klarheit geschaffen wird. Außerdem haben wir eine wunderbare Botschaft erhalten, dass Silvesterfeuerwerk dieses Jahr nicht eingeschränkt wird, dass der Verkauf stattfinden soll und dass es überhaupt gar keine rechtliche Grundlage dafür gibt, den Verkauf dieses Jahr einzudämmen oder zu verbieten. Zumal die Politik sagte, dass dadurch ja auch die Glaubwürdigkeit der Politik infrage gestellt werden könnte und alleine aus diesem Grund sehen die ein Feuerwerksverbot für nicht sinnvoll. Das ist auf jeden Fall wunderbar und ich freue mich tierisch auf den Dezember, auf die Vorfreudezeit. Jetzt kann es wirklich richtig losgehen, ganz nach dem Motto Back to Pyro. Ich denke, das haben wir uns alle mehr als verdient nach den letzten zwei Jahren, die ja wirklich schrecklich waren. Also ein harter Fight für alle Leute, vor allem für die Hersteller. Für die Feuerwerkfans war das ganz, 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 ganz traurig und dramatisch. Ich weiß noch, wo wir im Stream gesessen haben und uns da die ein oder andere Träne aus dem Auge rauskamen. Es ist einfach nur eine Freude dieses Jahr, so eine positiven Nachrichten erhalten zu haben und jetzt mit positiven Flair auf den Silvestertag zusteuern zu können. Gut Freunde, wir werden uns jetzt den Post angucken und schreibt dann gerne mal in die Kommentare, wie ihr den Post wahrnehmt, ob positiv oder negativ, würde mich wirklich mal interessieren. Also dann, so. So Freunde, Quarks, 1,3 Millionen Follower, also schon eine ordentliche Anzahl. Gehen wir mal auf den Post. Ihr seht, vor sechs Stunden fast 25.000 gefällt mir. Fireworks & Balloons hat schon kommentiert, der BVPK hat schon kommentiert und ich würde sagen, wir lesen uns als erstes mal das durch, was Quarks denn da so geschrieben hat. Könntet ihr auf Silvesterfeuerwerk verzichten? Könnt ihr auch gerne mal selber in die Kommentare dann schreiben. Ich glaube, je mehr Feuerwerksleute da reinschreiben, desto besser. Die Deutsche Umwelthilfe fordert, Böller und Feuerwerk an Silvester zu verbieten. Sie beruft sich auch auf Umfragen, wonach 53% der Befragten dafür seien, private Feuerwerke zu verbieten. Ja, die Umfrage, die haben wir, glaube ich, alle mitbekommen in den letzten vier, fünf Tagen. Am 1. November ging es ja so richtig los, wo wieder gehetzt wurde gegen Feuerwerk und wo die ersten Forderungen wieder waren, das private Silvesterfeuerwerk zu verbieten. Ich wurde bei dieser Umfrage leider nicht gefragt und ich frage mich auch, wer da gefragt wurde, weil keiner von euch, ich hatte mal eine Umfrage gemacht, keiner von euch wurde gefragt. Es hat mich doch schon sehr verwundert, also was für ein Milieu sie dann da befragt haben. Aber gut, das kann man nochmal wann anders diskutieren. Lesen wir mal weiter. Doch was würde ein Böllerverbot an Silvester denn überhaupt bringen? Wir haben uns das mal in Bezug auf Feinschopp und Müll angeschaut. Die Bilanz 1245 Tonnen weniger Feinschopp und 3500 Tonnen weniger Müll. Was das im Vergleich zu anderen Verursachern ausmacht, zeigen wir auf den Grafiken. Ja, klingt jetzt an sich nicht mehr so schlecht. Gut, lesen wir jetzt nochmal, was der BVPK hier geschrieben hat. Dass kurzfristig hohe Feinstaubkonzentrationen gesundheitsschädlich wirken können, ist nicht auszuschließen. Grundsätzlich gilt jedoch laut WHO, je länger die Feinstaubkonzentration andauert, desto eher treten gesundheitliche Schäden ein. Die Grenzwertempfehlungen beziehen sich daher auf die durchschnittliche Feinstaubkonzentration auf 365 Tage bzw. 24 Stunden. Die Feinstaubkonzentrationen zu Silvester sinken jedoch in der Regel bis zum Neujahresmorgen wieder auf normalen Niveau. Die unterschiedliche Toxizität verschiedener Feinstaube ist laut WHO ein herausforderndes Forschungsfeld. Das Umweltbundesamt formuliert dazu Annahmen und Vermutungen, ohne diese mit wissenschaftlichen Quellen zu belegen. Beim Abbrand von Feuerwerk entstehen vor allem wasserlösliche Salze, welche im Gegensatz zu den Rußpartikeln aus Verbrennungsmotoren aus den Atemwegen ausgewaschen werden. Weitere Infos hierzu auf unserer Website. Könnt ihr gerne alle mal auf die BVPK-Website klicken und schauen, was sie dazu schreiben und das dann auch gerne immer unter den aktuellen Postings verbreiten. Ich glaube, das würde vielen Leuten die Augen öffnen und noch mehr dazu beitragen, dass die richtigen Zahlen verbreitet werden. Gut Freunde, gucken wir uns mal die erste Grafik an. Feinstaub. Das würde ein Feuerwerksverbot an Silvester wirklich bringen. So viel Feinstaub entsteht beim Silvesterfeuerwerk. 1.245 Tonnen an einem Tag. Ist ja logisch, weil Silvester ist nur am 31.12. erlaubt, beziehungsweise da darf man Feuerwerk zünden. Das heißt, an dem Tag wird die Belastung vonstatten gehen. Zum Vergleich, so viel Feinstaub entsteht im Straßenverkehr. 18.590 Tonnen im gesamten Jahr. Durch Holzheizungen 15.510 Tonnen in der Wintersaison. Also es ist ein kürzerer Zeitraum als der Straßenverkehr, aber fast gleich so hoch. Und man muss dazu sagen, dass der Straßenverkehr Feinstaub ja wirklich kontinuierlich ist. Der vom Silvesterfeuerwerk ist gerade mal ein Tag und am nächsten Tag ist so gut wie gar nichts mehr an Feinstaub in der Luft. An Silvester wird für einen kurzen Zeitraum sehr viel Feinstaub freigesetzt. Aber die größere und kontinuierlichere Feinstaubbelastung entsteht durch Autos und Holzheizungen. Langfristige Feinstaubbelastungen können starke gesundheitliche Folgen haben. So sieht es aus. Dementsprechend braucht man eigentlich darüber gar keine Diskussion führen, weil eben die Belastung des Silvesterfeuerwerkes auf so einen minimalen Zeitraum begrenzt ist, dass das Ganze eigentlich keine gesundheitlichen Folgen haben kann. Also klar, jeder hat es schon mal gesehen, es ist auch immer wetterabhängig an Silvester, wenn der Wind natürlich still steht und eine hohe Luftfeuchtigkeit in der Luft ist. Dann sieht man teilweise die kleinen Partikel in der Luft schweben oder fliegen. Am nächsten Tag sieht man davon aber gar nichts mehr. Wenn man an Silvester aber gutes Wetter hat, eine leichte Böe, trockene Luft, dann ist das ganze Zeug eigentlich so gut wie direkt wieder weg. Man brennt sein Feuerwerk ab, ist in 10 Minuten wieder an der gleichen Stelle und alles weg. Also da siehst du dann auch kaum Rauch oder kaum Partikel. Das ist halt wirklich teilweise auch einfach wetterabhängig. Gut, gehen wir mal auf die zweite Seite. Da sehen wir schon Plastikmüll. Das wird jetzt aber spannend. Also Freunde, das würde ein Feuerwerksverbot an Silvester wirklich bringen. So viel Plastikmüll durch Verpackungen fällt jährlich in Deutschland an. 3,3 Millionen Tonnen. 3,3 Millionen Tonnen. Ei, ei, ei. Das ist eine gigantische Zahl. Und so viel Plastikmüll verursacht das Silvesterfeuerwerk in Deutschland jährlich. Da wirkt das wirklich kleinlich. 3,5 Millionen Tonnen. Das ist nichts. Und zumal muss man ja auch sagen, jetzt wird hier auf den Plastikmüll oder jetzt gehen sie auf den Plastikmüll. Allerdings hat Feuerwerk ja so gut wie kein Plastik mehr als Bestandteil. Also wenn wir uns mal das Batteriefeuerwerk angucken. Damals war es ja noch verpackt in Plastikverpackung. Das fällt ja jetzt alles weg. Das ist ja jetzt alles aus Pappe. Und dazu muss man sagen, dass die Pappe auch recycelt ist. Also es ist keine, eigentlich so gut wie Müll aus dem Feuerwerk besteht. Fontänen und Vulkane, die fallen da auch raus. Die haben heutzutage eigentlich auch alle so gut wie kein Plastikfuß mehr. Die sind auch inzwischen alle aus Pappe. Auch wenn es leider ein bisschen ätzend ist. Aber ja, so wenig Plastik wie möglich ist natürlich umso besser fürs Feuerwerk. Der einzige Feuerwerksartikel, der mir jetzt einfällt, bis auf Kinderfeuerwerk, wo bei Spielzeug so ein bisschen Plastik vielleicht mit dabei ist, ist die Silvesterrakete. Da ist noch diese orangene Kapppappe aus Plastik. Allerdings wird da ja auch dran geforscht. Und VEGO hat ja auch die ersten Muster schon vorgestellt, wo die Kappe sich auch nach ein, zwei Jahren zersetzt. Und ich weiß gar nicht mehr, aus was das für ein Material war. Auf jeden Fall ist es nicht mehr Plastik gewesen. Und das gilt nicht nur für diese orangene Schutzkappe für die Zündschnur, sondern tatsächlich auch für die Kappe obendrauf, die dann nicht mehr aus Plastik ist. Und dementsprechend hätte man eine komplette Rakete, die ohne Plastik ist. Da ist dann nur noch der Holzstab dran. Und das war es im Endeffekt. Also ich denke, es braucht noch so ein, zwei Jahre, dann wird die Plastikbelastung pro Feuerwerksartikel nochmal deutlich sinken. Und ich glaube, Ziel wird es auch sein, dass das ganze Feuerwerk so gut es geht, ohne Plastik dann herzustellen ist. Diese kleinen Heuler, die wir kennen in den Batterien, es gab ja damals von VEGO diese 300 Schuss Heuler Batterie, die es im Lidl immer gab. Die ist ja inzwischen auch ohne Plastikhülsen. Das heißt, die sind auch aus Pappe. Dementsprechend noch weniger Plastikanteil an Feuerwerkskörpern. Geht alles in die richtige Richtung, aber ein Umdenken braucht immer Zeit. Und dementsprechend muss man der Industrie diesen Zeitspielraum auch geben. Ich denke, Plastikmüll kann man an ganz, ganz vielen anderen Stellen eher bedenken oder umgehen. Ich meine, man muss nur einmal durch den Supermarkt laufen. Da sieht man, wie viel Plastikmüll eigentlich immer noch in den Regalen hängt. Und bei Produkten, die man auspackt, da besteht die Hälfte gefühlt nur aus Verpackungen, was man wegwirft. Das ist wirklich Wahnsinn. Durch ein Verbot des Feuerwerks ließe sich ohne Zweifel viel Müll einsparen. Im Vergleich zur gesamten Müllmenge durch Plastikverpackungen in Deutschland ist die Menge aber gering. Das finde ich positiv, dass die das schreiben, weil es ist wirklich nur ein sehr, sehr geringer Anteil, den man dadurch vermeiden könnte. Gut, also ich finde, das geht alles schon in die richtige Richtung. Ihr könnt gerne mal schreiben, wie ihr das denn so wahrnehmt. Habt ihr irgendwelche Berichte, die ich mir noch gerne durchlesen soll? Irgendwelche Videos vielleicht auch, die wir mal zusammen angucken können? Ich denke, das ist doch schon interessant. Ich glaube jetzt auch, diesen und nächsten Monat wird noch eine harte Zeit. Ich glaube, dass einige Zeitungen noch positiv wie auch negativ über Feuerwerk berichten werden. Leider ist ja Feuerwerk so ein brisantes und heißes Thema für die gesamte Bevölkerung, dass da immer fleißig mitdiskutiert wird. Wenn man sich das Ganze mal ansieht, was teilweise ein politischer Beitrag an Likes hat, ist das im Vergleich zu Feuerwerk schon sehr, sehr, sehr gering. Bei Feuerwerk steigt ja gefühlt jeder mit in die Diskussion ein, weil es jeden irgendwie was angeht und jeder dazu eine Meinung hat. Ja, Freunde. Okay, das soll es erstmal mit dem Video gewesen sein. Schaut gerne mal in der Videobeschreibung. Da gibt es den Link zu dem neuen Back-to-Pyro-Merch. Würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen in der Silvester-Feuerwerkseinkaufstur, die ja dieses Jahr definitiv stattfindet, sehe. Oder auf Instagram mich jemand markiert. Ja, Freunde. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video und bleibt bis dahin positiv. Und ja, haut rein, Freunde. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Ciao.